Jeden Tag machen sich hunderte von uns auf den Weg, um für jeden Lacher zu kämpfen. Warum dich das interessieren sollte? Darum. Hanau ist eine Stadt im Osten. Nach der Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, Flüchtlinge nicht mehr aufzuhalten. Wir sind oft 5 bis 8 Stunden unterwegs, nur um am Abend zwischen 10 und 20 Minuten auf einer Bühne zu stehen. Und ich bin überzeugt, dass es in Zeiten wie diesen nicht nur richtig, sondern absolut wichtig ist, das auch weiter zu tun. Medien, egal ob klassisch oder neu oder digital, überschütten uns derzeit mit Meldungen über Katastrophen. Tragödien und Dramen. Um unser aller Gesundheit willen, auch psychischer Gesundheit, muss es einfach Orte und Inseln geben, an denen wir diese Probleme kurz vergessen können. Wo wir uns einfach einmal eine kurze Auszeit gönnen dürfen. Und genau da kommen wir ins Spiel. Fast jeden Abend kommen wir zusammen an hunderten von Orten und versuchen gemeinsam eine Show zu machen. Eine kleine Show, eine Comedy Show, eine Mixed Show, an der die Menschen einfach nur Spaß haben. Es sind keine großen Hallen, es sind auch keine Stadien. Es sind lokale, kleine Clubs, kleine Theater, ganz in eurer Nachbarschaft, ganz in eurer Nähe. Wir sind keine Superstars, die man aus dem Fernsehen oder aus den Stadien kennt. Wir sind Profis, die gelernt haben, wie man Menschen über zwei Stunden lang großartig unterhält und sie ihre Sorgen und Probleme zumindest für diese Zeit vergessen lässt. Und wenn auch ihr einmal eine Pause braucht von all den Tragödien, Problemen und Dramen, die sich in dieser Welt abspielt, dann bin ich fest überzeugt, dass ganz in der Nähe bei euch auch eine Bühne existiert, ein Lokal oder eine Comedy Mixed Show, in der wunderbare Kolleginnen euch zwei Stunden lang Unterhaltung der besten Sorte bringen. Wir bringen eure Seele wieder ins Gleichgewicht. Bis zum nächsten Mal.